Kann man bei so einem Anblick von was anderem ausgehen als von steigenden Kursen? Nein, tatsächlich sieht es gut aus aktuell. Zumindest mal bei den amerikanischen Indizes können wir davon ganz sicher ausgehen. Zumindest mal sieht es so aus, denn wir sehen, dass die Bewegung hier im 4-Stunden-Chart wunderschön nach oben gegangen ist und jetzt hier für die ganz kurzfristig orientierten sogar im 5-Minuten-Chart. Das will ich aber an dieser Stelle gar nicht so super breit treten, denn das ist etwas sehr kurzfristiges. Das muss nicht in diesem Augenblick das Thema sein. Aber ich zoome ein bisschen raus und dann seht ihr hier die Aufwärtsbewegung oder besser hier im 4-Stunden-Chart und das ist genau eigentlich das beste Beispiel dafür, wie ein schöner Chart aussieht. Hier vorne ging es wackelig runter, schaut euch das gegebenenfalls selber an. Da hatten wir ja gestern glaube ich schon darüber gesprochen, nichts Neues. Und jetzt sind wir hier in der nächsten Korrektur. So sieht es zumindest mal aus. Es deutet sich zumindest mal an, dass wir hier in Abwärtsbewegung sind. Yep, der Control-Check ist gelungen und es sieht so aus, als ob das nicht sehr dynamisch ist. Yep, auch dieser Control-Check ist gelungen. Das bedeutet, das ist eher was Korrektives, also ein Gegentrend. Wenn das der Gegentrend ist, dann der Haupttrend, wie ging der noch? Die starke Bewegungsrichtung war nach oben. Also beste Voraussetzung, dass der Kurs auch weiterhin noch nach oben geht. Wie lange? Das ist natürlich offen. Gerade nach der vierten Welle kommt ja die fünfte. Na, wer hätte es gedacht? Aber die fünfte, da ist es ein bisschen schwieriger mit der Zielfindung. Also da kann man nicht einfach sagen, die ist genauso lang wie das vorherige Stück. Das gilt locker für die dritte Welle. Da kann man davon ausgehen, dass sie genauso lang ist oder länger eben. Dafür gibt es ein paar Indizien. Die will ich jetzt hier nicht so sehr theoretisch mit euch besprechen, aber einige erinnern sich von euch natürlich an so eine Situation. Aber nichtsdestotrotz, eine Fortsetzung nach oben ist schon relativ typisch. Es sieht also gut aus, dass auch tatsächlich der Dow Jones realistische Chancen hat, hier sein Allzeithoch nochmal anzugehen und dann von dort aus, naja, vielleicht ein kleines Päuschen zu machen, um dann eben nochmal weiter vorzugehen. Das wäre jetzt das Wunschbild vieler bullischer Marktteilnehmer. Das ist tatsächlich aber aktuell, dass jetzt hier der S&P 500, in diesem Fall ebenfalls als Future, und dann seht ihr, das Bild ist natürlich nahezu das gleiche. Hier das, das ist die erste große Korrektur. Das, was wir hier dazwischen haben, das sind alles kleine. Hier wird sich noch rausstellen, ist das jetzt so eine kleinere noch und dann kommt die nächste größere. Aber egal wie, solange es korrektive Bewegungen auf der Abwärtsseite sind, es geht um die Fortsetzung. Weiterhin also ein bullisches Marktumfeld. Es gibt im Moment keine Anzeichen. Ich weiß, das wird häufig kritisiert, weil man dann sagt, naja, aber das kann doch jederzeit drehen. Ja, genau das ist der Grund, warum aktive Marktteilnehmer mit einem Stop arbeiten müssen. Wer natürlich Investor ist, also sprich kauft und dann sagt, ich halte das Ding, ist mir völlig wurscht, in 100 Jahren ist es sowieso höher oder wahrscheinlich auch in 50 oder wahrscheinlich auch in 10, vielleicht auch in 5. Das hängt immer davon ab, wie groß der nächste Crash ist, der dann irgendwann mal passiert. Den wird es auch bei uns irgendwann mal geben, aber im Moment zeichnet er sich eben nicht ab. Dafür müsste der Kurs mehr Dynamik nach unten zeigen. Das macht er im Moment allerdings nicht, sondern ist nach unten relativ harmlos, was das angeht. Kleinere Anzeichen könnten eben so aussehen, wenn ihr sowas erlebt und insbesondere dann gefolgt von was Wackelig nach oben. Naja, ihr kennt das Spiel, das ist nicht wirklich was Neues. Deshalb will ich hier gar nicht so sehr drüber reden, weil das ist auch beim Nasdaq nicht großartig anders. Noch sieht alles gut aus für die bullische Seite. Achtet nur darauf, wenn es auf einmal schnell nach unten geht. Da kann man sagen, ja, dann haben wir es doch schon verpasst. Das hätte ich doch schon gerne vorher gewusst. Das geht nicht. Also das hätte ich natürlich auch gerne vorher gewusst, aber wir brauchen immer eine Reaktion der Marktteilnehmer auf irgendwas. Und wenn dann irgendwie ein Grund ist, dass der Kurs mal runter geht, dann wollen wir wissen, ob die Marktteilnehmer panisch drauf reagieren und sagen, ha, jetzt aber alles raus hier. Oder ob sie eben sagen, blöd, aber jetzt machen wir mal halblang hier. Also die Geschwindigkeit und die Art und Weise der Bewegung, die spielt eine ganz wichtige Rolle. Und da sind wir ganz schnell beim Crude Oil, denn das finde ich eigentlich hervorragend im Moment in einer Warteposition. Wir warten hier sehnsüchtig darauf, dass wir nach diesem tollen Anstieg, den wir hier haben, eine wackelige Gegenbewegung bekommen, wenn die jetzt tatsächlich passiert. Und dafür ist Stichwort Fibonacci nicht uninteressant. Idealerweise in unserer Lieblingszone. Und die Lieblingszone, die liegt irgendwo zwischen der 38er und der 61er Marke, irgendwo in diese Kiste. Und das Ganze auch noch nicht senkrecht runter. Das ist wieder eher schnell. Das ist genau wieder nicht, was wir wollen. Das hatten wir hier oben relativ stark. Da ging es zwar zügig hoch, aber der Konter war schnell. Nein, was wir wollen, ist etwas, was so aussieht. Dann haben wir nämlich vielleicht für die Aktiveren unter euch, die sagen, ich mag mit dem Cluster arbeiten, vielleicht bietet sich hier ein Cluster an. Beispielsweise ansonsten dann der Bruch dieser Zwischenhochmarke hier, um dann nachher die Fortsetzung hier zu handeln. Also das wäre die Idee dazu. Deshalb warte ich sehnsüchtig hier auf den Rücksetzer, um das eben hier für mich als nächste Bewegung dann eben nutzen zu können. Wenn wir da schon davon reden, dann kommen wir ganz schnell auf Gold. Denn Gold sieht fast genauso aus, nur dass wir sogar interne Struktur hier haben im 4-Stunden-Chart. Guckt euch das an. 1, 2, 3, 4, 5. Und es gibt jetzt beste Voraussetzungen dafür, dass der Gold-Kurs vorläufig in eine Korrektur reinfällt. Hier habe ich schon mal ein bisschen vorgezeichnet, nämlich die 38er Marke. Wer es nicht sehen kann, 17.000, nein, 1760 in etwa bis 1730. Das wäre so die Lieblingsbox. Und auch das idealerweise mit so einer Abwechslung. Also sprich nicht jetzt senkrecht runter, sondern einfach so, so, so in der Richtung. Das wäre super. Dann hätten wir nämlich so etwas und könnten anschließend sogar die Long-Richtung nochmal wieder aufgreifen. Wenn man ehrlich ist, da folgt der Kurs ziemlich genau dem normalen Plan. Also so, wie das in etwa aussieht, wie man das typischerweise eben gewohnt ist für so einen Kursverlauf. Das ist im Moment mustergültig. Das muss nicht mustergültig weitergehen. Aber wenn er es tut, umso schöner. Dann haben wir es ein bisschen einfacher mit unserer Entscheidungsfindung. Soweit mal das kleine Video jetzt hier am Nachmittag. Wer mehr sehen will, guckt sich das zum Beispiel bei Born for Trading an. Da schicken wir nachher mit Sicherheit noch ein paar Nachrichten aufs Smartphone, so wie immer. Ansonsten, wer live mit dabei sein will, natürlich in Born for Trading live, das ist klar. Aber euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.